Herzlich willkommen heute bei der siebten Folge der zwölfteiligen Serie Die größten Fehler im Marketing bei deiner Webseite. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist, lieber Christoph. Christoph Schwinghammer ist Geschäftsführer und Spezialist für Marketing und Verkaufsarchitektur bei der 360 Karat Digital Agentur. Und wie schon gestern angekündigt, geht es heute um ein Thema, was viele Menschen leider immer wieder negativ betrifft, so als wenn ein Kapitän mit seinem Schiff den Hafen verlässt und dann draußen auf dem Meer sich erstmal fragt, ja wo will ich denn überhaupt hin und reiche meine Vorräte aus. Das alles kann auch im Marketing passieren. Und du, lieber Christoph, hast uns mitgebracht, was da die Fehler sind und was man vielleicht dann auch besser machen sollte, vielleicht schon vorher. Ja, ich habe da was mitgebracht und zwar ist es der größte Fehler, keine Ziele zu haben und auch keine KPIs zu definieren. Für die Webseite, aber auch fürs Marketing allgemein. Was bedeutet das? Als KPIs kannst du ganz leicht messen, wenn die Seite so eingestellt ist natürlich, wie viele Nutzer auf deiner Seite waren, was die Personen auf deiner Webseite machen, wie viele Leute überhaupt das Anfrageformular ausfüllen. Das alles kannst du aufzeichnen und dann als KPIs schon im Vorfeld definieren, dass du beispielsweise sagst, du willst 20 Anfragen pro Tag über deine Webseite generieren und wie viel Traffic brauchst du dafür, was sind die Ziele. Und das kannst du alles herunterbrechen, planen und als Ziel definieren. Jetzt für unsere Zuschauer nochmal ganz genau, was bedeutet KPIs und welche KPI-Arten würdest du empfehlen, am Anfang auch mit in die Messungen mit aufzunehmen? Das sind die Key Performance Indicators, das heißt einfach, es sind Kennzahlen, die wichtig sind für den Erfolg für dein Unternehmen. Jetzt beispielsweise, wenn du jetzt irgendwie Facebook machst oder Instagramer da unterwegs bist, könnte dort eine Kennzahl sein, wie viele Leute deine Artikel angeschaut haben, deine Posts, also ist es dann die Impression, wie viele Leute haben da irgendwo draufgeklickt, das wären dann die Klicks auf den Kanal, aber auf deiner Webseite gibt es dann auch noch die Kennzahl Traffic, also die Seitenbesucher, wie viele Menschen waren in Wirklichkeit auf deiner Seite. Das sind halt Kennzahlen, die jetzt, sag ich mal, noch schwächer sind. Das geht dann eher noch um das Thema Awareness, also Bewusstsein schaffen bei den Kunden. Der nächste Schritt wäre dann Interesse stärken und da könntest du schauen, wie lange die Personen auf deiner Seite sind, die Verweildauer, um zu schauen, wie involviert sie jetzt in deinem Thema sind. Das wäre jetzt auch eine Kennzahl, die man nutzen kann, um das Interesse deiner Kunden zu messen. Und irgendwann sollte das ja dann auch ein Interessent werden, ein Kunde werden. Wie heißen diese Kennzahlen dann? Das sind dann Leads oder Anfragen, das ist auch nochmal eine wichtige Kennzahl. Das ist dann die Kennzahl, die vor dem Abschluss kommt. Und der Abschluss ist dann auch wieder eine Kennzahl, das heißt, wie viel Umsatz wurde generiert? Durch eine Anfrage, das kann man dann auch nochmal runterrechnen. Und dazu gibt es dann auch nochmal mehr in den nächsten Folgen. Super. Also zusammengefasst ist, nur was du messen kannst, kannst du steuern. Und auch daran erkennst du einen guten Marketing- und Verkaufsarchitekten, dass der mit dir nicht nur eine Website- oder Kanalplanung oder Contentplanung macht, sondern dass er mit dir tatsächlich auch ein Messsystem integriert, um überhaupt festzustellen, ob das, was ausgebracht worden ist, funktioniert. Oder ob Optimierungsmaßnahmen funktioniert haben. Und das bietest du mit deiner Agentur ja auch an. Nicht nur schicke Webseiten, die technisch und visuell gut aufbereitet sind, sondern auch ein komplettes kennzahlenorientiertes Messsystem, was dann nicht nur monatlich, sondern wöchentlich bis täglich ja auch kontrolliert werden will, oder? Genau. Also es ist super wichtig, auch die Zahlen zu kennen. Das ist immer wieder, sage ich mal, ein wichtiger Punkt. Wenn ich den Kunden frage, wie viele Anfragen hast du pro Tag? Und der Kunde sagt, er hat keine Ahnung. Dann ist es schon mal ein Indikator dafür, dass das Messsystem nicht richtig ausgerichtet ist und nicht eingestellt ist. Und da muss man anfangen, daran zu arbeiten, zu schauen, was kann man optimieren damit und was geht halt nicht. Wenn du also mehr dazu wissen willst, auch zu einem Messsystem oder zu Kennzahlen, die für dein Geschäft relevant sind, für deine Webseite relevant sein können, dann kannst du wieder auch Gebrauch machen heute von einem kostenfreien Erstgespräch. Den Link findest du unter dem Video und gerne kannst du auch das Video jetzt liken, den Kanal abonnieren und zum Schluss wird dir Christoph noch mitteilen, was dich morgen erwartet beim nächsten Teil unserer Serie. In der achten Folge geht es darum, zu schauen, wie erfolgreich deine Marketingkampagnen sind und diesen Fehler begehen viele Unternehmen, die Zahl dafür nicht zu kennen.